Hallo, mein Name ist Stefan Smolinka, ich bin der Obersudmeister hier im Gradierwerk. Wir befinden uns hier im Gradierwerk. Die Sohle rieselt über das Reisig und das können wir hier genießen. Selbst die Steinzeitmenschen waren vor vielen tausend Jahren schon hier und haben das genossen, wie wir an einer Pfeilspitze sehen konnten, die wir hier in der Orba Gemarkung gefunden haben. Mein persönlicher Tipp hier bei uns im Gradierwerk ist es, wenn es draußen heiß ist, immer 5 Grad kühler und wir können hier eine super wunderbare Luft genießen, inhalieren und uns entspannen.